Medifilm wurde 2007 von einem Apotheker gegründet und ist Pionier im Schweizer Markt, wenn es um individuelle Medikationslösungen geht. Wir verpacken im Auftrag von Apotheken Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel für Dauer- und Langzeitpatienten in Heimen, Institutionen jeder Art, im Strafvollzug sowie für Einzelpatienten in den Apotheken. Jede Verpackungsmaschine hat einen Grundstock von Medikamenten in Kanistern. Je nach Produktionsplanung werden zusätzliche Kanister dazugegeben. Die einzelnen Kanister werden über einen Chip angesteuert, sodass sich der eingebaute Zylinder dreht und die Tablette herausfallen kann. Es gibt Medikamente, welche von Hand vorbereitet und der Maschine zugeführt werden müssen. Dies sind unter anderem Lingualtabletten im Blister, gewisse geteilte Tabletten oder Hochpreismedikamente. Der sogenannte Tray wird mithilfe einer eigenen Software bestückt und jedes einzelne Medikamentenfach kann von der Software der Maschine wie die Kanister angesteuert werden. Der Kanister des in der Therapie eingegebenen Medikaments wird angesteuert und lässt die geforderte Anzahl Tabletten frei. Diese gleiten durch einen Kanal in den Trichter, wo bereits die mit allen nötigen Informationen bedruckte Folie wartet und nach der Befüllung zu einem Beutel zusammengeschweißt wird. Die fertig produzierte Rolle durchläuft nun die Kontrollmaschine. Vorgängig wird der Medifilm gerüttelt, damit sich die Tabletten im Beutel verteilen und so besser erkannt werden. Jede Tablette wird nun nach einer hinterlegten Bildreferenz auf ihre Richtigkeit geprüft und gleichzeitig wird jeder Beutel von vorne und von hinten fotografiert. Allfälligen Unklarheiten können später anhand der Fotos geprüft werden. An den Kontrollarbeitsplätzen werden die Medifilme nun mit dem Protokoll der Kontrollmaschine gegengeprüft. Jeder markierte Beutel wird in der Therapie verglichen und quittiert. Die Kontrollmaschine kennzeichnet diejenigen Medikamente, welche nicht identifiziert werden können, wie zum Beispiel Lingualtabletten, geteilte Tabletten und Tabletten, welche der Maschine von Hand zugefügt werden. Ist der Medifilm geprüft und korrekt, wird der einzelne Patient von der Rolle getrennt, aufgerollt und zum Lieferschein der jeweiligen Institutionen der Apotheke gelegt. Die Medifilme werden gesammelt, bis der Auftrag komplett ist. Wenn alle Medifilme beisammen sind, können diese sortiert nach Pflegeeinheit zusammen mit dem kontrollierten Lieferschein pro Bestellung eingeschweißt werden. Medifilme für einen Zeitraum von mehr als drei Wochen werden zusammen mit einem Hinweiszettel und einem Trocknungsmittel in eine dicke Folie verpackt. Diese schützt den Medifilm zusätzlich vor Licht und Feuchtigkeit. Sind alle zugehörigen Medifilme des Auftrages fertig, werden diese in die entsprechende Versandkiste des Pharma-Logistikers verpackt und mit der Versandetikette versehen. Die fertige Kiste wird nun zugebunden und ausgescannt und ist jetzt zur Abholung durch den Pharma-Logistiker und Lieferung in die Apotheke bereit. Medifilm vereinfacht sowohl für Fachpersonen wie auch für die Anwenderinnen und Anwender den Alltag. Es ist einfach, bequem und sicher und unterstützt zudem die Therapieeinhaltung. Medifilm. Wir geben Sicherheit.